Oh, wir sind bereits dreimal gestorben. Sehe ich gerade. So, ich starte jetzt mal das Spiel. Spiel gestartet, wie gesagt, wie gewohnt. Dauert immer ein bisschen, bis hier auf Twitch was los ist. Lass mich mal kurz gucken. So. In was für einem Dungeon sind wir jetzt eigentlich? Im Wundertunnel. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben das letzte Mal bis hierhin gespielt. Das ist, glaube ich, das nächste Dungeon. Dungeon Nummer 4 oder 5. Ich glaube 4. Ja, 4, klar. Wir haben 3 Items, also ist das Dungeon 4. Tal, Tal, Höhen. Hier sind wir. Und ich habe noch ein bisschen Abendbrot neben mir. Ich hoffe, naja, das ist mega scheiße, dass ich im Stream esse. Aber was soll ich machen? Vielleicht vor dem Stream essen. Aber dann würde ich später streamen. Ich habe hier Brod und Käse. Geschmolzenen, ne, wie nennt man das? Backkäse. Man sieht es gar nicht. Wegen dem Greenscreen. Der Käse ist nicht grün. Aber, ja. Leo ist da. Einen wunderschönen guten Tag, Leo. Ich hoffe, es stört ihn nicht, wenn ich nebenbei ein bisschen esse. So. Ich bin bereit. Guten Appetit. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen, Gobby. Das geht ja mal gar nicht, dass ich hier sitze. Lass mich mal kurz gucken. Wo würde ich dann am besten hinpassen? Hier, oder? Meine altbekannte Position, ne? Ja, das passt super. Zack. Zack. Oh, äh, wie tötet man die nochmal? Ich glaube, Schild und, ja, Angriff. Zack. Schild, Angriff. Nico ohne K. Herzlich willkommen. Oh. Wie springe ich ihn nochmal? Ah ja, mit X. Du musst essen. Ich muss auch essen. Ich esse quasi während des Streams. Ähm, ich muss rennen. Wie kann man nochmal rennen? Achso, mit A. Jonas at Play. Herzlich willkommen. Huch. Bam. Oh. Alter. So. Kannst du endlich mal eine FA annehmen? Heißt Nico. Auf jeden Fall. Ich bin ja heute endlich wieder an der Switch. Ich werde deine FA nachher annehmen, ja? Am Ende des Streams. Versprochen. Mh. Ich esse doch gerade Käse. Ofenkäse. Kennt ihr Ofenkäse? Das ist Käse aus dem Ofen. Story Ende. Und ich habe dazu einfach Brötchen gebacken. So lecker. So lecker. Du hast den Kompass erhalten. Nun kannst du sehen, wo sich die Endboss und Ruhme finden. So. PC neu gestartet. Kappa. bin ich noch live oder bin ich wieder live ich bin wieder live jetzt bin ich wieder live ich glaube ich bin wieder live sorry für den ausfall ich hatte discord vergessen zu schließen irgendwie stürzt mein pc ab wenn ich discord benutze wenn ich discord an habe stürzt mein pc ab ich weiß ich habe keine ahnung ich habe einen high-end pc der alles 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 machen kann aber discord kann er nicht discord stürzt ab ich habe keine ahnung das irgendwas stimmt mit den ati grafik also ich habe eine ati grafikkarte und irgendwie kommt der mit discord nicht klar oder generell browser hardware decoding oder so ein scheiß encoding warum immer gut jetzt ist discord beendet jetzt sollte der pc ja jetzt sollte wieder alles in ordnung sein das ist irgendwie komisch so ein schlüssel aber eins nervt mich nur so und christian niland hi brawny wie geht es dir so und würdest du das spiel empfehlen ja mir geht es gut und das spiel auf jeden fall ich kann das spiel wärmstens empfehlen ist ein saugeiles spiel lecker brötchen christian kennst du kennst du diesen ofenkäse tust du den ofen rein machen dann backst du den und das ist so lecker man oh das ist so lecker vor allen dingen die kruste außen ne die ist irgendwie eklig und lecker gleichzeitig mhm mhm ach du scheiße ist das eklig und lecker eklig eklig und lecker gleichzeitig vor allem die große am ende ist das geilste umgehen ein bann ist anscheinend auch empfehlenswert ja ich habe leider damals als ich unerfahren war nie banns rausgehauen das war echt ein riesenfehler ich hätte manche sachen oder manche leute viel viel eher und früher bannen sollen ich freue mich schon auf pokémon schwert und schild ja das kommt in zwei wochen raus oder wieso bin ich eigentlich schon wieder hier in der ecke ich habe mich doch gerade eben rüber geschoben so pokémon schwert und schild kommt glaube ich in zwei wochen raus circa was auch richtig nice ist ist ähm lütis menschen 3 lütis menschen 3 kommt auch demnächst raus so oh ich habe einen schnabel bekommen damit kann ich wieder diese statuen reden lassen und eine dungeon karte was soll das eigentlich darstellen eine krone auf jeden fall wir haben einen schlüssel wir können entweder die tür hier aufmachen oder wir gehen hier rüber und versuchen ja wir müssen eh hier rüber und ja wir müssen hier eh lang wie es aussieht müssen wir hier so oder so eh vorbei wir können ja jetzt jumpen und rennen besser gesagt bam so und herzlich willkommen lesu an der stelle lesu gehst du zur egx wenn ja wann gehst du zur egx und muss man sich karten nun vorbestellen oder reicht es wenn man äh einfach hingeht weil die müsste ja jetzt bald sein was hast du denn geschrieben das ist eine lange geschichte das ist eine lange geschichte lesu äh und wann bestellst du vor lesu dann bestelle ich nämlich auch vor wenn es so viel günstiger ist okay das ist brüchig jetzt ist die frage wie kriege ich das kaputt wie kriege ich das am besten kaputt wahrscheinlich mit einer bombe oder ja mit einer bombe zack äh wann bestellst du vor und äh dann bestelle ich nämlich auch vor dann bestelle ich auch vor du musst mir halt nur sagen wann man am besten vorbestellt oder sind die vorbestellt äh ticket schon weg und lenja einen wunderschönen guten abend wie weit bist du eigentlich schon lenja oh muti herzbekommen lenja du weißt nicht wie weit du in diesem spiel bist also du hast es definitiv nicht durchgespielt schäm dich oh kann ich das Vieh irgendwie töten nö zumindest nicht mit dem üblichen Weg meine Mom was hä wieso spielst du das nicht sondern deine Mutter ja moin ist deine Mutter Single ich kenne da jemanden der auch Single ist vielleicht will sie ja zu EGX kommen nein ist sie nicht du hast einen kleinen oh ich habe jetzt drei Schlüssel erhalten also ich habe jetzt insgesamt drei Schlüssel meine ich also you know what I mean aua aua gut drei Herzen bekommen und zwei verloren so warum auch antworten das hier ist ein Stream ich mache hier kein äh Frage und Antwort mit Daniel Ding sorry dass ich nicht am Anfang gekommen bin musste noch ein bisschen Englisch lernen ich bin ich habe gerade erst den Stream gestartet eigentlich genau genommen habe ich gerade erst gestartet ja das ist ja relativ einfach hier runter so so und hier lang Brauni am 15. November kommt Pokémon Schwert und Schild und ich bekomme einen coolen Vorbesteller Bonus was für einen Bonus bekommst du ich glaube es war so ein In-Game Outfit oder oder war das ein In-Game Pokémon mhm ich esse gerade die Kruste von Ofenkäse des Außen also in des Außen mhm wisst ihr was ich meine mega lecker pur wolltest du nicht abnehmen hm was muss ich denn also darf ich dann gar nichts mehr in meinem Leben essen wenn ich abnehmen will und was muss ich ja essen Kappa so aua also das Gute ist Leute wenn ihr dick seid könnt ihr diesen Fett in Muskeln umwandeln wenn ihr wenn ihr dünn seid und Muskeln aufbauen wollt müsst ihr erst dick werden es geht halt nicht anders und ich habe jetzt meine Massephase erreicht und jetzt kann ich schön Muskeln aufbauen Kappa mhm Bekleidung und Rucksack mhm mega kann man kann man schräg springen okay man kann schräg springen ähm wie komme ich da rüber vielleicht komme ich da auch erst später rüber hab jeden Mittwoch doch nicht bis 1625 sondern 1540 oh das ist ja geil du hast einen Teil der Macht erhalten spürst du die Energie ähm hä achso mensch Junge oh erst mal Herzen absammeln also wegen der EGX ne das müssen wir auf jeden Fall äh da muss ich auf jeden Fall Karten vorbestellen hab ich noch nicht ganz wichtig Moment mal dann hab ich das schon verpasst mit dem Karten definitiv oh und ein Schlüssel ist runtergefallen die Frage ist wo rein hm egal auf jeden Fall haben wir ein Schlüssel freigeschalten lululul sagt die Lenya so 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 Schildkröten müssen sterben und hier ist eine Eule die mit uns redet oh erst mal schön den Ofenkäse weiter essen und dann machen wir gleich ein Workout Workout? heißt es Workout? das Funkeln der Platten ist das Rätsel Lösung äh was? versteh ich nicht ich versteh nicht was die meinen Ofenkäse geil oh ja vor allen Dingen ich hab jetzt nur noch den Rand vom Ofenkäse was aber auch ganz geil ist also mal schön auf seine Fresse werfen aua so äh eine Falle so ein weiser Mann namens Gobbi hat mir zu mir gemeint ich soll immer alles töten ich glaub ich mach's mal hä geht gar nicht der weise Mann hat gelogen ach geht doch der weise Mann war wohl wirklich weise bam nein komm her ja und jetzt eine Landung okay links ist der Boss und hoch geht's weiter bestellst du dir auch Pokémon noch vor? bekommst du auch den ja ich hab mir Pokémon schon vorbestellt ich hab mir Pokémon schon vorbestellt alles gut ich hab's oh was ist denn da los? hä? hä? okay hä? hä? das verstehe ich hier nicht wie komm ich denn da rüber? das ist die Frage oh nein ich muss erst schwimmen lernen ah Niki man kann schwimmen lernen ich hätte es jetzt aber ohne Schwimmen auch geschafft aber ohne Scheiß wann lernt man schwimmen? Toda einen wunderschönen guten Abend mein Lieber ich esse gerade den Rand vom Ofenkäse dieses weiße irgendwie schon ein bisschen eklig oder? wo lerne ich schwimmen? aua in dem Dungeon lernen ich schwimmen sehr gut und ähm ja Daniel drollt wieder Daniel macht wieder einen auf droll Käsebrezel ist das beste what? wo muss ich hin? ah da ist doch ein Schlüssel dann gehen wir da hin und wir lernen schwimmen in diesem Dungeon so oh wir gehen wieder zurück und Niki hat es mit drei Jahren gelernt ich glaub man lernt es auch mit drei fünf ist ein bisschen Spätsünder so doppelt so lange äh manche Leute brauchen halt doppelt so lange wie andere Leute das ist ja nicht schlimm manche können auch gar nicht schwimmen so manche brauchen auch zwei ja oder manche ja ach egal so jeder hat ein anderes Lerntempo so rein da in die Olga dieser Käse ne ich hab jetzt ich hab jetzt einen ganzen halben Kilo Ofenkäse allein gegessen also Diät ist da oh alter ich kotze gleich ich hab einen ganzen Ofenkäse allein gegessen das ist alle ich hab keine Zeit für Sport ich muss essen Papa ich hab gekleckert ich bin so fett Leute ist voll geil in fünf Jahren bin ich so dick wie Axel und dann könnt ihr einen Zeitraffer meine Streams euch anschauen wie ich immer und immer dicker werde Brauni will wieder indirekt fronten ich will niemanden fronten aber da gibt's so Leute die haben da extra ne Gruppe gegründet um ja mich fertig machen zu wollen stimmt's Daniel ah du weißt dann natürlich nix du weißt von nix du bist nur immer komischerweise in den Gruppen drin Mitglied oder wenn die Leute sich im Talk verabreden bist du auch da aber du bist ganz der Unschuldige du weißt von gar nichts und wenn die Leute irgendwas Illegales machen dann weißt du natürlich auch von nichts und du bist dann natürlich nicht irgendwie schuldig so was hast du vorgestellt ich hab glaube ich ey was hab ich denn ich hab glaube ich Schwert genommen ich hab die blaue Edition genommen ich hab die blaue Edition genommen Sheldon ich hab vieles gelesen ja ich weiß ich weiß Bescheid nein blaues Schwert ich hab Schwert genommen also wie gesagt ich wollte die blaue haben Sheldon das ist rot genau dann hab ich die Schwert genommen nice Toadie dann können wir uns ja treffen und Pokémon tauschen können wir uns ja treffen und Pokémon tauschen ich hab noch nichts genommen lol oh oh ein ein Dings eine Fee oh oh die zerquetschen mich ähm ah verstehe so und jetzt rennen oh fast zerquetscht oh so und wie gesagt die EGX alter Schwede ich muss mir die Karten vorbestellen soll günstiger sein ich muss noch Fabian sagen dass die Karten günstiger sind warte mal ich schreibe ihn am besten direkt an Fabian die EG EGX so und wir können jetzt schwimmen wir können jetzt schwimmen dann let's go schwimmen wir einfach mal was ist das denn hier hä was sind das denn für vier hier welche Dungeon Nummer ist das das müsste die vier sein das müsste hier die vier sein so so ah guck mal äh äh was wie war das jetzt da ich hab's vergessen man das ist wichtig also hier unten rechts links Mitte links und rechts okay alles klar dann machen wir das mal eben schnell und zwar hier ob ich jetzt einfach so schwimmen kann oh das funktioniert ist ja mal richtig geil aua so 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 und so und wir haben eine Treppe freigeschaltet ähm schwimmen müssen wir genau so hier an dem Punkt am Anfang des Dungeons machen wir nachher oh oh aua aua was für eine Verarschung hä hä ach man was ist das denn das ist gar nicht so leicht man so wir haben's aber geschafft Profi-Skiller am Start und hier ist eine Kiste das wird wahrscheinlich dieser mit dem Endboss-Schlüssel Endboss-Schlüssel ähm wie sieht's eigentlich bei dir aus Toda hast du das Spiel durchgespielt warte nein Toda hä Toda wieso hast du das Spiel nie gespielt wieso hast du das Spiel nie gespielt also mit das ist nicht der Endboss das ist nur ein normaler Boss ich hab mich verquatscht tut mir leid töte mich nicht oh ich hab so Muskelkater von was denn von Sport heute so ich hab das Spiel noch nicht gespielt weil ich davor zwei anderen Zell was wieso musst du davor zwei anderen hä welches andere Zelda musst du denn spielen das hier kannst du doch unabhängig spielen oder willst du das Original Zelda davor spielen abgefahren weißt du was der kürzeste Weg wär einfach hier hochgehen und mich teleportieren lassen du hast einen Ball gegen deinen Kopf bekommen was ist denn da passiert wie ist das denn passiert The Legion of Zelda ringed between worlds ich will nicht ständig zwischen Zelda switchen verstehe verstehe du was ist absolut hirnlos niemand muss sich wundern dass ich mich beschwere ähm okay Daniel das ist ganz einfach du hast die DSAÜ gegründet du bist noch auf dem Server du hast mich damit die ganze Zeit belogen ähm deine netten Freunde Mitglieder der DSAÜ wollen ja irgendwie die ganze Zeit nur dass ich auf Twitch und überall gebannt werde und ähm versuchen ja ständig hier irgendwelche dämlichen Ansagetexte zu verfassen und äh wollen mir möglichst groß schaden und ähm haben sogar schon irgendwelche Drohungen ausgesprochen von wegen äh sie werden mich auf den nächsten Gamescom DSAÜ auf die Stirn ritzen und sowas also sorry aber da hört der Spaß auf und äh ich möchte damit nichts zu tun haben und äh du kannst machen was du willst aber ähm es wird halt auch Konsequenzen haben das kann ich dir schon sagen und ähm die letzte Instanz ist dann halt irgendwie eine Anzeige oder so und mir egal ob du jetzt sagst äh das sind deine Freunde wenn das wenn du das Freunde nennst dann bitteschön aber nicht ohne äh mit mir ich bin da nicht dein Freund tut mir leid also viel Spaß ähm wenn du mit solchen Leuten lieber abhängen willst dann mach das und da brauchst du dich jetzt auch nicht wundern öh warum 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 du bist Mitglied davon und du machst auch ordentlich immer mit du hast jetzt letztens auf dem Server ordentlich abgelästert über Gobby oder andere aus der Community und äh lügst mich ständig an es gibt die DSAÜ dabei bist du der Gründer ich weiß jetzt nicht was du willst ich weiß nicht was du willst Daniel ich habe sehr viele Screenshots ich habe sehr viele Beweise und du kannst froh sein dass noch keine Anzeige kam also tu jetzt nicht wieder auf den großen unschuldigen Daniel den super tollen und lass mich jetzt bitte hier diesen Stream machen danke sonst wirst du jetzt auch gleich gebannt und wenn es dann darum geht hier irgendjemanden körperlichen Schaden oder so anzuführen sorry aber das dann bist du einfach nur Schmutz in meinen Augen oder deine Freunde die das sagen mit denen du dann verkehrst wenn du mit sowas verkehren möchtest bitte aber in meinen Augen ist das Schmutz und ich möchte damit nichts zu tun haben weil sowas gehört sich einfach nicht und ist gesellschaftlich Abschaum du läst das doch selbst lästern ist was anderes wie Morddrohung oder ich schlitze dir das und das auf die Stirn verstehst du das Daniel verstehst du das das ist körperliche Gewalt und wenn du es gut findest solche Freunde zu haben dann mach das aber nicht mit mir ich hab nicht so ne Freunde und ich will auch nicht so ne Freunde haben und zu sagen ich weiß von nix ich bin nur der Gründer ja und immer sich schön raushalten bitte haben wir schon eine Uhrzeit für Samstag ich glaube ich muss dich da leider enttäuschen warte mal wie komme ich denn jetzt zum Boss ich muss die Treppe nehmen aber welche Treppe achso hä Moment mal ich brauche noch einen Schlüssel aber welchen Schlüssel ach ja Moment mal irgendwo ist doch ein Schlüssel nach unten gefallen wo war denn das wo ist der Schlüssel runtergefallen wo ist der Schlüssel runtergefallen das traurige ist halt er fragt danach jetzt hab ich's gesagt und jetzt wird mir da wahrscheinlich wieder ein Strick draus gedreht aber ähm ist mir dann auch egal weil dann geh ich halt einfach zur Polizei oder keine Ahnung da gibt's halt ne Anzeige das ist mir dann auch egal ich will das vermeiden aber wenn die Leute nicht aufhören und denken sie seien sozial total die die Guten ne aka Robin Hood sind sie halt nicht aber wenn sie es halt nicht lernen dann müssen sie es halt spüren ich hab keinen Bock irgendwie wegen so ner Scheiße am Ende irgendwelche körperlichen Schäden davon zu haben nur weil irgendwelche Kinder meinen sie seien die größten und geilsten darauf hab ich keinen Bock ich kann mich echt nicht an diesen Dungeon erinnern du musst mich enttäuschen ja also mit 24 Stunden streamen das wird dieses Wochenende wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nichts aber streamen wird natürlich äh streamen wird natürlich trotzdem wo gibt es jetzt den also warte mal wo hab ich jetzt den Schlüssel runterfallen wo ist der Schlüssel runtergefallen da da ist der Schlüssel nach unten gefallen jetzt ist die Frage wie komme ich nach unten hä der Schlüssel ist vor den Bossraum gefallen da ah da komme ich doch jetzt gar nicht hin ne 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 da ist der Schlüssel nicht braunies erinnerung wie ein sieb ne moment mal moment mal du musst die treppe im nebenraum nutzen ja die treppe da hä die treppe hier meinst du hä aber dann komme ich da raus ich muss die treppe benutzen aber wo die ist da aber da komme ich noch nicht hin weil ich einen Schlüssel brauche der Schlüssel fiel da runter Leute ihr verwirrt mich hart deswegen muss ich die die treppe benutzen und die treppe führt dahin ach so was ist mit dem Schlüssel da was ist mit dem da mega abgefahren komisch hä das ist ja mega komisch okay okay ich glaube ich habe es verstanden aber eventuell mache ich jetzt auch alles falsch da ja da alles klar alles klar ich habe es verstanden Leute äh glaube ich hoch hier da ist der Schlüssel runtergefallen Moment mal ja genau und jetzt kann ich hier hoch hier durch hier war ich mich noch gar nicht lol du hast sowas von recht ach da ist der Schlüssel lol ist das easy peasy so solida 86 herzlich willkommen zack jetzt haben wir ihn war ja dann doch ganz einfach so ouch ich habe gar nicht mehr so viel herzen alter respekt an gobby der hat das hier auf hart modus gespielt so ich habe ihn jetzt erstmal gemutet weil das gehört hier einfach nicht her aber jetzt hat er ja auch seine antwort bekommen weil er weiß ja von nichts er ist ja mal der ganz große unschuldige aber das hat jetzt ja auch nichts zu suchen ja also was heißt gebannt gebannt und gemutet ist auch dasselbe nur dass ich keine zeitangabe angestellt habe also ja er ist jetzt erstmal ohne zeit gemutet so mach doch zu pokémon einen 24 stunden stream ich muss leider sagen ich war auf der gamescom ja so wie du und ich habe alle nintendo spiele gespielt und pokémon war leider tatsächlich das schlechteste spiel also lichis menschen 3 war mit abstand viel viel besser genauso zelda hä ist hier irgendwas huch ja ok mario und sonic waren auch schlechter als pokémon das stimmt ein 2d boss hä ich bin noch gar nicht beim boss dachte ich denn die boss tür war doch auf der anderen seite hä alter aber ist nicht alles ein 2d boss ich mein jetzt ist er von der seite aber das alexa stopp aber äh äh sonst sind die bosse von oben aber das ist ja auch 2d ne das andere ist ja auch 2d nur die sichtweise ist jetzt anders der andere winkel hä ich kann mich gerade nur in zwei dimension bewegen ähm wenn die oben an sich ist kann ich mich auch nur in zwei dimension bewegen hoch runter links rechts das ist nichts anderes jetzt bin ich im sidescrolling bereich genau ich kann mich jetzt auch nur nach oben unten links rechts bewegen und wenn die Ansicht von oben ist kann ich ja auch nur oben unten links rechts nur halt von der anderen Sichtweise genau ich kann nicht nach hinten und vorne gehen und bei der anderen Sichtweise kann ich nicht nach oben und unten gehen sondern nur nach hinten vorne links rechts verstehst du okay wenn du jetzt Sprünge zählst als oben und unten dimension dann kannst du dich dreidimensional bewegen aber eigentlich kannst du dich nur zweidimensional bewegen du kannst jetzt halt nicht in die Tiefe und bei der anderen Ansicht kannst du halt nicht in die Höhe das ist die Seiten Ansicht und das andere ist die drauf Ansicht aber beides ist zweidimensional nur oh ein Herz Container Bam Herz Container und wir schwimmen nach oben Color Dungeon war in Ordnung fand die anderen besser so guck das ist auch 2D ich kann in die Tiefe laufen und nach links und rechts jetzt kann ich nicht nach oben und unten mich bewegen also beides ist 2D nur in einer anderen Dimension hä es gibt gar kein Boss ach das war schon der Boss lol lol das war schon der Boss ich dachte jetzt kommt nochmal ein richtiger Boss ach der Color Dungeon war auch nur eine Kleinigkeit die im Gameboy Color Remake dazu kam gibt es diesen Dungeon auch hier warum denn auch ja ich dachte na gut Bucht dein Weg führt dich zur Bucht ich kann jetzt schwimmen warte mal das war doch irgendwie brauchte ich doch schwimmen für irgendwas Zwergenbucht oh was ist hier los ich bin Mambo Kind des Sonnenfisch hast du schon ein Ocarina gefunden ja hab ich gut dann kann ich dir jetzt meinen Song beibringen oh Grinch incoming was was zur Hölle das ist wirklich cringe gobby das ist wirklich cringe warum was soll ich mit diesem Song machen du hast Mambos Mambo gelernt spiel den wenn du aus dem Wasser kommst ach ich kann zu einem Teleporter reisen ich kann teleportieren dadurch jetzt ist die Frage wo muss ich denn jetzt am besten hin ich glaube da rein oder zwergenbucht was für eine Bucht die Bucht ist da unten oder nee das ist die Bucht wahrscheinlich ist das die Bucht oh ein Herz Container nicer nicer so er hat schwimmen gelernt sie werden so schnell groß nicer scheißer äh wo waren wir jetzt hin zur Bucht was für eine Bucht zwergenbucht da da ist die zwergenbucht ach ja guck mal da ging es doch nur weiter wenn jemand schwimmen kann wie warte ich erinnere mich ich erinnere mich irgendwas war hier irgendwas war hier war ich hier schon mal ich glaube hier war ich schon mal ich erinnere mich da da ging es nicht weiter nee da da war ich nee okay gleich schön eine Runde lol und dann wird mit Lünie getalkt oh wie süß das ist so süß hä wie tauche ich jetzt ich will schwimmen äh ich will ich will teleportieren Dantendo Brownie wie geht's dir gut wie geht's dir wie geht's dir ich glaube ich muss einfach rein ist euch aufgefallen dass die nintendo switch werbung immer so richtig schön im familiar dargestellt ist es ist schön oder ah mit all kann man schneller schwimmen hä wie kann ich denn dieses lied spielen ich kann's halt einfach nicht spielen benni hat mich wieder entblockiert wer ist benni wer ist benni who the fuck ist benni das lied kannst du nicht im wasser spielen nicht im wasser äh muss ich da hin ja zwergenbucht teleportieren ich glaube ich hole mir jetzt erstmal ähm im energy oder benni ist ein kumpel ein kumpel der dich entblockiert hat äh muss ich das verstehen kumpels blockieren einen doch nicht das verstehe ich nicht roffel kartoffel hä mir geht's auch gut danke der nachfrage da ist ein geist da ist ja der geist was ist das für ein geist ich muss den geist zufrieden stellen muss ich verarschen wie ich muss den geist zufrieden stellen wie stellt man denn geister zufrieden ich rufe gleich die ghostbusters kleiner spoiler tut tut ja hier ist ulria an dir hängt ein gespenst nun dann solltest du dorthin bringen wo er es hin will tschüss der war flach der war richtig flach so 2d mäßig äh wo will er denn hin der will wahrscheinlich da hin oder wo will er hin ich hab keine ahnung wo dieses geist ding hin will warum ist hier eigentlich ein dreieck achso ah da ist ein dreieck weil ich da noch irgendwas looten kann kleiner tipp äh was der geist will zum zerstörten haus in der was für ne küste man wo ist denn hier ne küste meinst du dieses haus da hier geh hinein mein haus rein da so so lalilu ach man ich glaube hier lebt dieser geist ach ja wie früher nostalgie brauni sag mal wo ist dein schatz nessie sie ist äh weg das ist ein remix von einem lied ich kenne das lied nessie kommt bald wieder aber nicht heute ist Weihnachtsmann und Kokagi eigentlich immer noch legendär oh ja Lenya auf jeden Fall immer auf super RTL ne genug Friedhof bring mich mein Grab okay er will zum Friedhof Friedhof wo war denn der Friedhof da ist der Friedhof noch nein wie komme ich denn da hin Kokagi ist und bleibt das beste oh das habe ich damals immer so gesuchtet und ich weiß noch damals war ich todkrank ich hatte richtige Ohrenschmerzen und weiß ich was und dann erstmal Kokagi geguckt wo ist der Eingang wahrscheinlich komme ich einfach von Boris und laufe dann hier runter zum Friedhof ja ich komme von Boris also ich kenne nicht alle Folgen auswendig ich kenne tatsächlich ich glaube ich kenne nicht alle obwohl warte mal so viele Folgen gab es doch gar nicht oder Dani einen wunderschönen guten Abend herzlich willkommen wir spielen Zelda so wir sind jetzt nee wir sind noch nicht auf dem Friedhof jetzt sind wir auf dem Friedhof die Frage ist wo ist sein Grab hä ich glaube ich bin hier falsch hallo Dani Lieblings Mod du alter Schleimer das ist nicht das Grab wie das ist nicht das Grab das hier ist ein Friedhof wie das ist nicht das Grab okay gut der will zum Grab aber nicht dahin wo ein Grab ist okay alles klar der hat uns einfach komplett verarscht vielen Dank für den Loot diese Musik so wunderschön oh ja Dani das Gespenst ist Zelda was vielen Dank für den Loot links vom Friedhof da ist das ein Scheiß Mann da komme ich doch gar nicht hin Mann da komme ich doch gar nicht hin Mann oder einfach rüber springen springen so darf ich fragen wie lange Daniel gebannt sein wird hat er dich jetzt auch schon belästigt privat oder was der Geist ist nicht Zelda wer erzählt denn so einen Kuhfladen äh Todi hat es gesagt er hat mich nicht belästigt ne das hat hier tatsächlich nichts zu suchen Dani deswegen ich hab ihm vorhin das schon erklärt achso Dani du fragst aus eigenem Interesse Gespenst sagt danke mein Schatz für dich nutze ihn tschüss was ah er gibt mir irgendwas was ist das denn Feenflasche oh ich kann jetzt Feen fangen und da kommt erstmal Mr. Eule uh endlich du bist da bist du wieder um in das große Fischmord zu gelangen musst du an einer Stelle der Zwergenbucht tauchen du kommst dem Windfisch immer näher die Zeit des Erwachens ist nicht mehr fern so Mary Poppins ist auch wieder da herzlich willkommen äh ich muss irgendwo tauchen wahrscheinlich da so zack ja ich muss jetzt einfach wieder zurück uff Moment mal was ist eigentlich hier war ich hier schon war ich hier schon mal aua ouch hä veraschen ich überlege mir das Spiel auch zu holen Dani absolute Kaufempfehlung das Spiel macht super Spaß kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen aber denk dran jetzt kommt ja schon wieder das nächste Spiel raus nächste Woche kommt Luizis Menschen 3 raus was auch super cool alles es hat einen Online Modus und man hat einen Staubsauger und Jagd Gespenster mega nice man kann zu 8 spielen nächste Woche Luizis Menschen 3 ich würde das Spiel aber kein Geld ach komm so viel Battle Puzzle wie du dir schon gekauft hast irgendwo muss man halt leider sparen dann ich könnte es dir ausleihen oh wie nett warum hat eigentlich Lüni das Spiel noch nicht gespielt sie hatte bisher noch keine Zeit und Lust wahrscheinlich ne hab vorhin mitbekommen dass sie das Spiel besitzt mega crass oh Herz Container genau Lüni hat einfach noch nicht angefangen ich hab gesehen dass sie es besitzt hab ich auch gelesen oh ich habe vier Stück gesammelt und hab jetzt dadurch ein Herz bekommen wo muss ich denn hier tauchen hatte wohl noch keine Lust drauf aber warum hat sie es dann sich teuer gekauft ich mein Black Friday ist es bestimmt mega billig aber okay ich kenn's ja ey das ist kein Container das ist ein Herz Teil sorry da hat der Todi absolut recht da wo es blubbert ja da wollte ich jetzt auch tatsächlich hin ich habe in den letzten Wochen 5 Kilogramm abgenommen weil ich krank war hoffentlich kommt sie bald wieder drauf oh ja also abnehmen brauchst du ja definitiv nicht gute Besserung oder beziehungsweise ich hoffe du bist wieder gesund Dani 5 Wochen krank ist schon echt viel hast du dir so eine richtige Krankenhaus Seuche geholt auf Arbeit du arbeitest ja mit Kranken das ist ja schrecklich dankeschön nichts zu danken wenn ich bei Vivi bin dann fahre ich bei dir vorbei ich war nicht 5 Wochen krank ach in der letzten Woche 5 in der letzten Woche hast du 5 Kilo what the fuck alter wie kann man in einer Woche 5 Kilogramm abnehmen du musst dir du musst dir dein ganzes du musst dir alter du musst dir die Seele aus dem Leib gekackt und gekotzt haben das ist ja schrecklich boah 5 Kilogramm ist echt ne Ansage man das war echt schlimm boah alter zum Glück hatte ich sowas noch niemand also ja ich möchte ja auch 15 Kilogramm abnehmen aber nicht auf diese Art man nicht auf diese Art dann lieber nicht dann lieber gar nicht und Gobby geht Mutti besuchen so bin ich hier in dem nächsten Dungeon sieht irgendwie stark danach aus genau man man braucht vier herzteile und dann ergibt das das ein container hier hier komme ich gar nicht rüber eigentlich müsste ich lernen oh mein gosh dann auf jeden fall lernen fleißig lernen und ein Kompass wie komme ich da hinten eigentlich rüber oder gibt es da noch irgendwie eine Möglichkeit hier irgendwie rüber zu kommen mit einer neuen Fähigkeit die ich noch nicht habe egal ich versuche es einfach hallo weitergehen lünchen und ich werden uns schon bald treffen oh wie süß das ist so süß äh was zum teufel ach man so dieser moment heute in der schule wenn man auf dem hüpfteil ist und dann man runterfliegt und ich meinen fuß umknicke und anfangen schmerzen ja arbeitsunfall ne hoch hoch gute besserung beauty ach ach ja lüni und gobby ne ich hoffe wir bekommen auf discord dann irgendwann ein partner foto zu sehen ich hoffe wir bekommen dann irgendwann ein partner foto zu sehen von euch was ist das hier hä moment mal hä hä hat das hier irgendwas miteinander zu tun nö nö hä das sieht irgendwie erstaunlich ähnlich aus aber nö nö hat glaube ich nichts miteinander zu tun hä doch hier ist eine sackkasse herzlich willkommen safir 1979 bei den brownies schön dass du hier bist ich verstehe dieses rätsel nicht ich muss wahrscheinlich hier hier und hier ja aber ich kann ihn nicht verschieben das geht nicht mein lebewesen leistet mir gesellschaft was muss ich tun ich glaube das muss ich nach oben machen hä ich darf ihn schön kraulen lol okay da mache ich einfach mal eine reihe ich dachte das hat damit was zu tun aber offensichtlich nicht geht auch nicht gobby gobby ich verstehe dieses rätsel nicht ein viereck lol ein viereck muss man machen wie soll man denn wie soll man denn darauf kommen wie soll man denn darauf kommen neva du hat mich verlassen oh wie soll man denn darauf kommen dass hier ein viereck gemacht werden soll abgefahren ich kann mir übrigens endlich den bogen legal kaufen vielleicht mache ich das ja mal die tage oh glückwunsch lesu was lesu ist unser größter zuschauer brauny lol ja der hat echt krass hier ne echt krass viel geschaut und rein da damals stand da noch stellen ne damals stand janik da damals stand da janik ach so bei youtube meinst du ja ja genau bei youtube damals uff erst stand da jonas stimmt und dann irgendwann schäden und eigentlich müsste ich erst hier noch lang ah dann ist das tor wieder zu wahrscheinlich egal und da kommt ne kiste aber ich hab noch hä ok der ist jetzt komplett raus ich habe noch neun man kann glaube ich nur 10 maximal tragen deswegen werde ich das noch lassen schnabel aus stein das kann ich wieder mit den leuten reden so bei dem bogen weiß ich achso pfeile brauche ich jetzt eh nicht ich habe ja noch keinen bogen egal äh was wie komme ich denn darüber ich glaube ich brauche einen greifarm oder sowas oh was alles klar hä wie macht man das hä hä muss ich mich komplett fahrerschen hä hä was muss ich hier tun dieses rätsel ist äußerst komplex okay also hier ist zu das verstehe ich nicht gut ist wieder da du warst weg ey ich bin gleich tot was muss ich hier tun ja ich brauche den enterhaken man ich dürfte hier noch gar nicht lang das wird sowas von der enterhaken sein aber hä da komme ich auch hier nicht weiter ich muss zurück oh kacke alter alter ich bin gleich tot okay hier geht es lang Jarell ist am start moin Jarell lange nicht gesehen also richtig lange nicht gesehen muss nevado dazu verbringen dass er was isst wieso isst er denn nichts kannst du ein skelett nicht mit dem schwer bezwingen setz seine bombe ein hä ich kann noch jedes skelett mit dem schwert bezwingen ich brauche keine bombe so weiter oh oh Boss ich hab kein herz mehr du scheiße ah ich bin auch blöd ich hätte ihn einfach heben können hier und jetzt kann ich den kopf hochheben oder nee kann ich nicht bombe mir geht's super dank der nachfahrgebot oh und explosion dritte mal alle guten dinge sind immer drei ah du bist stärker als ich noch aber ich komme wieder ach so ja gobby hat ja gesagt ich soll muss mit dem boss mehrmals kämpfen ne irgendjemand hat das gespoilert ich weiß gar nicht ob das jetzt gobby war der alte spoiler man oh kacke ich hab's einfach nicht gelesen man was stand da gerade ich hab's halt wirklich nicht gelesen egal irgendwas mit wenn irgendwas mit wenn stand da irgendwas mit wenn was ist hier dort wo sich das licht der fackel kreuzt musst du tauchen tauchen licht der fackel kreuzt wovon reden sie licht der fackel kreuzt am wochenende spiel ich wieder overwatch ach ja leider ohne 24er was meinst du mit 24er also ich spiel mit overwatch am wochenende ach so ohne 24er stream ne ich spiel definitiv mit tody ich bin dabei und dbd spielen wir auch wieder ok ich freu mich so ich muss irgendwo tauchen hä 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 wo bin ich denn jetzt irgendwo gab's doch jetzt zwei wege der da ne ich muss hier noch nach oben dem bin ich nicht gegangen hä moment mal moment mal 24 stunden stream ja ja ich hab's verstanden ich hab verstanden was ein 24er ist ok das geht noch nicht ich brauch halt wirklich den greifarm hoch hoch ok dann hier lang und jetzt nach oben ich weiß nicht was in dieser kiste stand ich hab's leider nicht mehr gelesen hä ich muss tauchen auf jeden Fall wo das Licht sich kreuzt was englische lokabeltest ach du kacke was englische lokabeltest ah da taucht äh da kreuzen sich Lichter ich glaube ich muss hier tauchen hier ja oh nein eine mario wasserwelt immerhin haben wir ein schwert hä das ist kann hier kann ich noch gar nichts machen boah ist das ein kack was für eine Zeitverschwendung warum lassen die mich hier den ganzen Weg schon lang laufen wenn ich hier eh noch nicht weiterkomme hätten die nicht stopp sagen können dass ich erst hier oben lang soll so äh hier komme ich doch auch noch gar nicht weiter jetzt bin ich ah ok puh ich muss einfach zurück ist das nervig so hier jetzt aber zack ouch ah ok ok ein Teil der Macht erhalten so hä 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 ähm gute Frage gute Frage gott ah ich hatte gehofft dass ich das jetzt zerstören kann so hier ist noch einer und Glück gehabt jetzt komme ich hier oben wenigstens lang und kann jetzt hier nach links so eine Karte immerhin ist jetzt das Dungeon aufgedeckt das ist schön Aua jetzt muss ich da noch hin und da noch hin ist ja gar nicht mehr so viel was ich brauche ist ja tatsächlich gar nicht mehr so viel äh ich dachte es wäre mehr also hier immer rüber guck mal was es hier gibt beauty ist wieder da du warst weg Kappa ähm ähm hä huch du hast mit Oma telefoniert ich bin gerade ein bisschen verwirrt ach ja die Szene ich erinnere mich aber ich kann hier gar nichts machen hä ich kann hier gar nichts machen du hast mit Kurt telefoniert kommst gleich wieder du musst ein paar Nachrichten durchlesen von wem denn von wem sind dann diese Nachrichten oh Boss okay easy easy die Frage ist was macht man wenn man keine Bomben hat droppt der irgendwann welche hmm oh ja ah du bist stärker als ich noch aber ich komme wieder wie oft willst du denn noch kommen hä vor allen Dingen wo willst du noch kommen da ist zu da ist ne Treppe da geht's aber lang Mist warum bin ich da noch nicht gewesen Mist wo muss ich jetzt hin Mist da komme ich nicht rüber 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 da komme ich auch nicht rüber da komme ich auch nicht rüber Hä? Was muss ich jetzt machen? Gobbi? Gobbi, ich glaube, ich bin... Ich glaube, ich habe mich komplett verlaufen. Ich glaube, ich habe mich komplett verlaufen. Du kannst nicht. Das Game ist gleich vorbei. Ich muss da rein, dann komme ich hoffentlich da raus. Ich komme aber da raus wahrscheinlich. Ich verstehe es nicht. Warte, wenn ich da reingehe... Wo kam ich hier nochmal raus? Ah ja, das mit dem... Du musst tauchen, mein Freund. Das war ja ein Hinweis, aber da konnte ich da auch nicht weiter, ne? Jetzt bin ich hier. Hat irgendjemand eine Ahnung, was ich machen soll? Hat irgendjemand eine Ahnung, was ich machen soll? Wahrscheinlich muss ich jetzt erst zu den anderen hin. Und... Oh, hi Jesse, habe ich gar nicht gesehen. Gar nicht gesehen. Dass du hi geschrieben hast. Wann geht dieses Tor auf, ist die Frage. Wieso geht dieses Tor nicht auf? Was muss ich machen, um dieses Tor zu öffnen? Ich bin auch erst seitdem da. Ne. Warte mal. Eins, zwei... Achso, ich muss jetzt zu der drei laufen. Oh, ist das billig. Ist das billig. Ich war hier, da war der erste Boss. Hier war der zweite Bosskampf. Jetzt muss ich da hingehen. Da ist der dritte Bosskampf. Und da ist der vierte Bosskampf. Oh, ist das dumm, Mann. Und das Dumme ist, ich war überall schon. Ich muss einfach nur den ganzen Weg zurücklaufen, Mann. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkam. Okay. Also, hier oben zum Dreier. Das ist die Nummer eins. Genau, ich habe es gecheckt. Ich habe es gecheckt, was ich machen muss. Hier muss ich jetzt hoch. So, jetzt erst mal zum Dreier laufen. Oh, Mann. Spring. So, was? Ich gehe jetzt mit meinem Mausi schlafen. Unser Bürotag war anstrengend. Viel Spaß mit Mausi. Wer auch immer Mausi ist. So. Und gute Nacht. Jetzt kommt der dritte Kampf. Alle guten Dinge sind drei. Aber kommt da noch ein vierter. Alter. Alter. Ah. Oh, ich, ich voll drück. Mausi ist mein Hund. Aber Mausi ist doch eine Maus und kein Hund. Kappa. So. So. Boom. Kann dir mal bei Interesse ein Bild schicken. Ich glaube, du hast irgendwo mal schon ein Bild geschickt gehabt. Ich glaube, auf Discord oder so. Biene. Aha. Ich nenne Nevado BB oder Nevado. Ah, du bist stärker als ich noch. Aber ich komme wieder. Alter, wie oft will der denn noch wieder kommen? Der kommt hier die ganze Zeit ununterbrochen wieder. Äh, jetzt muss ich da hinkommen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hinkam. Ich glaube, das war da. War das da? Ich glaube, das war da. Gut, jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück. Your dog is very cute. Okay. Einmal noch. Einmal geht noch. Und dann brauche ich... Und nach dem Enterhaken muss ich hier überall nochmal hin, Mann. So ein Mist. So ein Mist. So, hier ist Nummer zwei. Ich muss zur Nummer vier gehen. Oh ja, Mewty. Und sie begleitet mich jeden Tag ins Büro. Sie geht mit ins Stall. Sie geht einfach überall mit. Lol. Was ist denn da los? Das ist ja krass. Also, dass du sie mit auf Arbeit nehmen kannst und so. Das, ne? Darf man nicht überall. Du hast eine Truhe vergessen. Nee. Also die Truhen, die kann ich noch nicht aufmachen. Die kann ich noch nicht öffnen. Moment mal. Ich bin falsch. Nee, doch nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, ich bin falsch. Ich muss tauchen, glaube ich. Du hast einen neuen Hund? Ja. Ich muss, glaube ich, da tauchen. Und komme da raus. Ja. Zurück, Leute. Zurück. Rückzug. Ich kann sie nicht allein lassen. Die jammert voll. Also, sie hat einen Dachschaden. Krasse Scheiße, Mann. Ich kann sie nicht allein lassen. Sie jammert ja voll und ist total auf mich bezogen. Sie läuft überall mit. Geht mit niemandem anderen mit. Also, schon einen kleinen Schaden, der Hund. Ah, deswegen wurde er wahrscheinlich vom anderen Besitzer auch weggegeben. Weil er ihn so nicht mehr halten konnte, ne? Den Hund. Ich muss erst mal gegenüber Fremden die Aggression wegbekommen. Und ihre Angst. Sie vermutlich öfter mal geschlagen. So. Ja. Heimhunde sind halt meistens, äh, ein bisschen verstört. Von irgendwelchen kranken Vorbesitzern. Die Unmenschen waren. Und die Tiere vielleicht gefoltert haben und keine Ahnung was. Gequält. Leider gibt es so eine Menschen. Es gibt halt Menschen, die haben Spaß dran. Anderen wehzutun. Wien ist von einem Privathalter. Ja, dann, äh, ne? Wenn du die Vermutung hast, dass der Hund geschlagen wurde, dann weißt du ja schon, äh, was dieser Privathalter eventuell für ein Mensch ist. Da musst du dann aufpassen. Außer er hat ihn auch nur von irgendwo anders her, ne? Och nein. Ich bin falsch. Welche Treppe ist das? Sag nicht, das war die Treppe. Ach nee, warte. Die Treppe führte dahin. Ich muss einfach ganz am Anfang. Die Treppe muss ich nehmen. Wie komme ich zu der Treppe? Noch greift sie nicht an. Ich provoziere es zwar, aber sie ist mir gegenüber aufgeschlossen und freut sich. Lol, Ründchen ist vorbei. Ah! Copy. Jetzt habe ich das, jetzt habe ich es allein gecheckt. Ich weiß, was ich machen muss. Sie wurde wohl in den letzten drei Monaten drei bis viermal durch andere Hände gegangen. Alter, sie wurde drei, viermal weggegeben. Das ist heftig, Mann. Schon traurig. Aber die anderen Besitzer sind halt alle nicht klargekommen mit ihr. Ne? Weil sie halt irgendwie dann schon sehr viele Probleme bereitet hat, wahrscheinlich. Du hast Glück, dass du jetzt den Hund mit auf Arbeit nehmen kannst, etc. pp. Das konnten die anderen wahrscheinlich alle nicht. da sind die Skelette. Da sind die Skelette. Tiefer. Da lang. Und hier lang. So, hier geht's nach Haus. Zum vierten Kampf. Das Traurigste ist, wir waren hier schon mal. So. Lol. Und hier ist Endkampf. Ich habe keine Probleme mit mir, auf mich hört sie. Oh. Sie hat Verlustangst. Sie merkt, wie gut es bei mir hat. Und hat einfach Angst, dass sie wieder weg... Und du verstehst den Hund da... Ja, okay. Eine Hundeschule ist doch mega teuer, so eine Hundeschule. So eine Hundeschule ist doch mega teuer. Hundeschule ist gar nicht so teuer. Echt nicht? Ich dachte immer, die wären richtig teuer. Ich dachte immer, das wäre so oberteuer, mackermäßig krassi, krasser. Acht Stunden, 180 Euro. Siehste? Acht Stunden, 180 Euro. Das ist schon viel Geld. Das ist schon richtig viel Geld, Mann. Wir konnten Neverdo nicht in die Hundeschule geben. Hä? Wieso konntet ihr Neverdo nicht in die Hundeschule geben? Die sagen doch so, hey, take my money. Oder warte, ihr sagt take my money. Und die sagen dann yes. Und dann nehmen sie den Hund. Fertig. Dein Geld ist weg. Egal, ob der Hund aufpasst und lernt oder nicht. Die Gefahr ist halt da, dass der Hund halt nichts lernt und dann ist das Geld halt trotzdem weg. So wie mit kleinen Kindern, die zur Schule gehen und oder auf Privatschulen und irgendwas und die Eltern da auch bezahlen und dann ist das Geld auch weg. Achso, ihr durftet sie nicht dort behalten, weil ihr nicht genügend Geld hattet für die Schule. Das macht natürlich Sinn. Wollte schon sagen, die sagen doch nicht nein. Die nehmen euer Geld und verschwinden damit. Oh! Nice. Entehaken ist da. Und 100 Rubine. Gar nicht mal so wenig. Ähm. Hoch. Ich werde jetzt diese ganzen Kisten hier holen. Dann werde ich hier reingehen und ich komme ja dann hier raus. Nee, hier. Nee. Hier komme ich dann raus. und dann kann ich die Kiste mir holen. Ja, das ist ein guter Plan. Man kann doch aber auch Ratenzahlung machen. Ja, aber trotzdem ist das halt viel Geld, was dann weg ist. Also klar, du machst es dann wahrscheinlich gerne. Dass dieser Bot immer noch existiert. Dieser Alfred. Ich habe keine Ahnung. Wer ist denn Alfred? Wo kommt dieser Alfred her? Und was will der von uns? Also, äh, du hast halt, ihr habt halt lieber den Hund nicht, äh, zur Schule gegeben, sondern Geld gespart, um dann schönen Urlaub zu machen und ein schönes Leben zu haben. Eben. Also es sind halt alles valide Optionen, ne? Ah, ich bin falsch. Nein, ich bin richtig. Aua. Einfach mal tauchen. Hallo. Tauchen. Tauchen. Sitzausführchen. Reicht. So. Wir haben auch einfach Geld gespart, um einfach Geld zu sparen. Yo, moin. So. Oh. Dungeon-Schlüssel zum Boss. Ich verzichte, wenn mein Hund dadurch besser geht. Bei Fuß und Platz. Ja, Platz ist easy. Aber, äh, bei Fuß ist echt, äh, das ist schon schwierig. Das kann sein, dass du es nicht schaffst, ohne Lehrer. Ohne, ohne Profis. Weil das ist, äh, bei manchen Hunden echt nicht leicht. Aua, 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 aua. Aua. Ähm. High-Fives zu drin ist schwierig. Das ist, äh, einfach nur Pfötchen geben, oder? Einfach nur Pfötchen. Das geht schon. Hä? Ach so. Ja, das ist hier einfacher, als ich dachte. Ich muss einfach von unten kommen. Bam. High-Five ist nicht Pfötchen geben. Ja. Eine Abwandlung davon. Meine kann nichts. Sie hat keine Erziehung genossen. Alter Schwede. Dann hast du halt richtig, ein richtiges Problemhund, ne? Hast du dir angeschafft. Einen richtigen Problemhund. Alter Schwede. Passt aber irgendwie auch zu dir. Ed Sala. Wir haben Nevadu mit Leckerlis die Sachen beigebracht. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, na, dein Hund ist jetzt einfach zu alt schon. Die wird wahrscheinlich nie irgendwas, äh, da kannst du nichts beibringen, so. Sie nimmt keine Leckerlis. Alter. Okay, dein Hund wird wahrscheinlich, also es ist krass, dass du dir das antust. Ist halt wirklich ein Problemhund. Durch und durch. So. Wo muss ich jetzt hin? Ah, ich erinnere mich. da rein, dann komm ich da raus und dann kann ich hier lang den Boss machen. Aber was ich noch will, ist ja eigentlich zum Anfang da. Mach ich mal eben schnell. Hier lang? Autsch. Hoch. Und jetzt muss ich hier lang und jetzt kann ich easy peasy den Schlüssel holen. Oh. Hä? Es gibt zwei Schlüssel? Es gibt zwei Schlösser? Ach ja, hier ein Schloss und da ein Schloss. Ich und Dad mussten meine Mom überreden, dass wir Nevadu kaufen. Mein Dad und ich waren seit dem ersten Tag in Nevadu verliebt. Oh, wie süß. Deine Mom wollte gar keinen Hund. Ah. Aua. So, wir haben es geschafft. Moment mal. Zack. Zack. Easy. Schlüssel auf. Rein da. Oh, was ist das denn? Was ist denn hier los? Was ist das denn? Hilfe! Mama mia! Leco mio! Hä? Was zum Teufel? Hä? Wie töd ich? Enter Haku. Ja, genau. Ich hab aber nicht mehr so viel Leben. Ich hab nicht mehr so viel Leben. gut. Gut. Die machen einfach nie wieder Augen auf. Ich hab nur noch ein Herz. Ich werd sowas von sterben jetzt. Okay, alles klar. Au! Mit einem Bogen hättest du jetzt einen Vorteil, aber mir wurde gesagt, ich soll den Bogen nicht kaufen. Erneut versuchen. Vierte Mal gestorben in diesem Spiel. Och nein, ich bin einfach wieder am Anfang. Wer sagte denn das? Ich glaube, Gobbi. Gobbi et Morki. Ähm, ja, komm. Egal. Der Gobbi sagte nein. Oder Toda? Moment mal, Toda hat das Spiel doch gar nicht. Achso, du sagtest nicht Clown. Stimmt. Nee, irgendjemand meinte, ich brauch ihn nicht kaufen. Ist unwichtig. Aber ist es, glaube ich, auch de facto. Oh. Eine Fee. Die hätte ich vorhin gebrauchen können. Das war einfach Doofheit von mir. Das ist auch Doofheit. Ich komme hier nicht hoch zu der Tussi. Ich gehe. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich komme nicht runter. Ein Schild geht auch. Äh, das ist ja easy. Wieso haben wir eigentlich die ganze Zeit die Augen zu? Easy. Und es gibt einfach nur eine Fee zu verarschen. Okay. Das war voll unnötig. Okay. Okay. Okay, ich bin einfach wieder am Anfang. Moment mal, habe ich jetzt eigentlich alles aus diesem Dungeon? Ja. Fang die Fee doch ein. Och, nein. Man muss die Fee ja einfangen. Man muss die Fee ja einfangen. Oh, nein. Ich habe die Fee nicht eingefangen. nein. Lecko mio. Egal, ich brauche keine Fee. Ich mache Hardcore-Modus. Created by own. Moment mal, hier komme ich doch gar nicht hoch, man. Hä? Hier komme ich doch gar nicht hoch, Mann. Gut. Mist. Was ist denn das? Er sagt doch. Doch. Ich komme hoch. Kannst du mich verarschen? alles klar, Mann. Achso. Enterhaken. Auf die Idee muss man erst mal kommen, Mann. Da kommt doch kein Mensch drauf. Also, ich komme nicht drauf. So. Na? Schlüssel rein und hoch. du willst also den Wind schwecken. Boots. Ich werde dich fressen. Boots. Ach du Scheiße. Lecko mio. Jetzt hätte ich die Fee gut gebrauchen können. Schleimal. Schleimal. Ach du Scheiße. Hä? Wie geht der Boss? Du Dini. Ich Dini. Schleimal. 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 einfach runtergefallen. Ey, das ist so nervig, Mann. Okay. man muss ihn rausziehen. Man muss ihn rausziehen. Was ist das denn? Okay, man hat gar nicht ich habe gar nicht die Möglichkeit ihn rauszuziehen. Nicht den mit den schwarzen Augen rausziehen. Ah! Deini. Dein Emoji ist ja geil. Dein Emoji ist ja mal richtig geil. Wo hast du den her? kann ich eigentlich über seinen Schwanz rüberspringen mit der Sprungtaste. Der Boss ist nicht so schwer. Das mit den schwarzen Augen daran habe ich echt nicht also hätte ich jetzt nicht darauf geachtet. A-Tünn-TV Guck mal, die haben nur alle schwarze Augen. Verarsch sind es doch. Ja, genau! Wieso ist da ein Loch in der Mitte? Wie soll ich ihn denn rausziehen? vor allem, wie soll ich ihn denn hä? Okay. Ich habe keinen Bock mehr, man. schwarzen. Ah! Schwein gleich. Was ist denn das für ein Geräusch? Ist das das Dungeon? Ist das der Dungeon, der so vibriert? Oder ist das irgendwas anderes, was hier vibriert? Bleib am besten in einer der vier Ecken. Aber dann komme ich doch nicht schnell genug dahin, um diesen Kreifhaken rauszuholen. Um ihn damit zu betreffen. Oder? Wie soll ich denn schnell genug den Greifhaken ihn dann rausziehen? Das geht ja dann nur immer aus einer Ecke. Oder wann weiß ich, wo er wo rauskommt? Ich glaube, das weiß man nicht. Das ist random einfach. Guck mal, das geht gar nicht. Ah, ich verstehe. Das ist einfach random. Oh, der hat schwarze Augen. Das ist einfach immer random, wo er kommt. ich muss einfach warten, bis der an der richtigen Stelle rauskommt. Ja, dann ist ja super easy. Danny meinte übrigens, wenn man das Spiel komplett durchspielt, ohne einmal zu verrecken, gibt's irgendeinen Bonus. Ich hab's natürlich nicht geschafft. Ich bin allein jetzt schon zweimal verreckt. Alter, was ist mit meinem Rücken hier? Da ist so ein komisches Ding. das ist schief. Egal. Ein alternativeses Ende. Das ist ja mal richtig nice, man. Lohnt sich das Gobby, das alternative Ende, oder braucht man das einfach nur auf YouTube sich anschauen? Oder sollte man es selbst machen? Gut, der kommt einfach nicht bei mir raus. Hä? Okay, der kommt oben einfach nicht mehr. Okay. Der kommt aus der Ecke nicht mehr raus. kommt halt einfach nicht mehr. Okay. Okay, es war nur noch ein Schlag. Das ist so lächerlich, Mann. Was ist denn eigentlich los? Du darfst nicht in der Ecke warten. GZ. Vielen Dank. Herzcontainer erhalten. Und weiter geht's. Jetzt kommt der Boss. Ach nee, das war der Boss. Lol. Nehmen. Wir haben zwei wir haben zwei Wow, wir haben zwei Dungeons gemacht. Inselgeheimnis im Schrein. Ich muss gleich mal Fenster zumachen. Hier ist es mega kalt. Wartet mal kurz. Alter, ist das kalt. Warum ist das so kalt? Wir haben zwei Das ist mega großartig. Wir haben zwei zwei. Wir haben zwei Wo ist das kalt? Wo ist das kalt? Wo ist das kalt? Boah, ist das kalt. So. Wo müssen wir jetzt hin? Boah, ist das kalt. Hä? Wir haben immer noch nur drei. Wieso haben wir nur drei Schlüssel? Ach so, hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf haben wir. Also drei Stück fehlen noch. So, ist die Frage, ob wir jetzt ausmachen wollen oder weiterspielen wollen. Versuch doch mal mit RandomKai aufzunehmen. Die Abos dafür hättest du, dass er antworten würde. Was? RandomKai würde doch nicht bei 200 Follower antworten. Ich meine, ich habe sechs Zuschauer oder so. Neun Zuschauer, da würde RandomKai nicht antworten. Aber ich habe, ich kenne seinen Bruder. Sein Bruder ist ein, also der hat hier früher mal ganz oft vorbeigeschaut. Sein Bruder hat hier ganz oft mal vorbeigeschaut. Der war mal ein Teil der Community. Ich weiß nicht mal mehr, wann du die nächsten Schlüssel bekommst. Entweder jetzt oder beim nächsten. Hm, ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Lol. So, gehen wir mal gucken. Rufen wir einfach mal Telefonservice an. Tut, tut. Warst du schon im Maskentempel? Der ist nördlich von Zoodorf. Nördlich von Zoodorf. Nördlich von Zoodorf. Wahrscheinlich hier. Da lang, ne? Hier hoch. Ne, Quatsch. Warte mal. Hoch. Äh? Wie komme ich denn da hin? Wo bin ich? Da. Oh Mann. Okay. Zum Zoodorf. Ich glaube, ich werde jetzt hier ausmachen an der Stelle. Ich muss eh noch Wäsche waschen. Oder? Ja, ich werde jetzt da ausmachen. Vielleicht ein bisschen noch DPD oder so gleich spielen. Reicht, glaube ich. Zwei Dungeons reichen. Dann speichern wir ab. Wir haben zwei Dungeons geschafft. Wir sind jetzt bei fünf Items. von acht sechsmal gestorben. Das ist schon heftig. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich werde jetzt noch ein Raid machen. Wen wollen wir raiden? Wen? Wollen wir raiden? Gucken wir mal. Z-Snipe, herzlich willkommen. Viel Spaß und eine gute Nacht. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch auch noch viel Spaß und eine gute Nacht. Und hoffentlich sehen wir uns morgen wieder. Ciao, meine Lieben. Danke, dass ihr da wart. Falls ihr noch nicht gefolgt seid, drückt doch bitte auf Follow. Ansonsten viel Spaß bei dem Geradeten. Und bis später. Ciao, meine Lieben.